Guten Morgen. Ich bin Winnie. Ich werde jetzt im August ein Jahr. Ich bin ein ganz ein lieber Rüde. Jetzt hat es gerade Frühstück gegeben. Er ist noch. Das sind noch ein paar Kernderl am Boden. Und mein Bruder ist der Milo. Milo! Da oben ist er. Und wir suchen unser Zuhause.